Musik Jo, was geht Leute, das ist mal wieder Blight Night und ich heiße euch willkommen zum ersten richtigen Let's Play Part von Batman Arkham Origins Multiplayer Und jetzt geht's los, boah, ich bin schon so heiß drauf, geil, 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 mal gucken Joker hat eine geheime Giftproduktion auf diesem Jahrmarkt, tötet die Wachen und übernimmt die Fabrik Ah, okay, da kommt immer so ein kleines Intro gelaber Mal sehen, ob da während des Spiels der auch immer wieder was sagt, geile Sache So, jetzt gucken wir mal, in Deckung gehen geht's so Ich hab nicht mal in die Steuerung reingeguckt, dieses Einführungsvideo am Anfang hab ich auch gleich weggedrückt Weil ich mir dachte, nee, kein Bock, ich will's jetzt echt richtig ausprobieren Da hinten war doch grad einer, ne? Habt ihr den auch gesehen? Da, siehste, sag ich doch, komm, komm, baller weg, Alter Geh down, Mann, Alter, wie viel Leben hat der, Mann Das gibt's doch nicht Ich hab ihm voll gegeben und er steht noch Alter, der ist bestimmt da lang, komm, komm, komm Vielleicht kann ich den ein bisschen umlaufen Ja, da steht er Oh, was ist denn das jetzt? Weggebeamt oder was? Nee, liegt der da? Na, egal Schon ein bisschen komisch Ah, da, 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 weg, 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 Alter Stirb, Mann, stirb jetzt Warum sterbe ich? Ja, komm Okay, egal, nicht aufregen Erster Tod Ah, ich geb ihm mein ganzes Magazin und er geht nicht drauf Ich hab doch fast auf seinen Kopf geballert Also seinen Oberkörper auf jeden Fall Ah, genau, das muss ich mal probieren Das ist ja diese, diese Radarsicht Ja, ah, so geht es Okay Vielleicht kann ich da ein paar Gegner finden So, das müssen wir einnehmen, ne? Das ist so hier, äh, Domination, Herrschafts-Style So, Punkte einnehmen Ja, die haben 25 zu 16, Alter Ist das intakt vor Release und ist das nachmittag? Kann doch nicht sein Das ist schon so viele haben, ey Du hast dir die besondere Aufmerksamkeit unserer Feinde verdient Pass auf So, das heißt, was? Ist, ja Grenade Ja Was war denn das? Robin? Oh, krass Den hab ich ja nicht annähernd gesehen, Mann Heftig Boah, da muss man ja richtig aufpassen, ey Auch nach oben gucken und so Stimmt, weil die hangeln sich ja die ganze Zeit oben lang Das mach ich dann auch, wenn ich mal die bin So Rush mal hier rein wieder und versuch das einzunehmen Ist hier einer? Erstmal gucken, genau In Deckung gehen Good night Incoming So, was ist das? Ah, okay, so wechsel ich Alles klar Ist geil, Bane sagt die ganze Zeit was Mit der Zeit nervt es bestimmt vor Da wird es am Anfang für das Tor So, was warte ich hier? Woah, woah, Batman Batman Get down, get down, Mann Was soll es? Er hittet mich mit zwei Schlägen down Krass, Mann Das geht ja voll easy Boah, da hat man ja mehr Vorteile als Batman und Robin Ich hab jetzt gedacht, er geht dann down, wenn ich den anhitte Ich weiß nicht, irgendwie hab ich das Gefühl, das Spiel leckt noch so leicht Kann das sein? Ich glaub, deswegen treffen meine Kuh nicht so ganz irgendwie So, jetzt schau ich aber echt mal ein bisschen nach oben Kommt aber keiner Haben wir es eingenommen? Nee, noch nicht, ne? Oh, okay Boah, Fledermäuse kommt von hinter mir Dann ist bestimmt da irgendwo hinter mir Ich hab Angst Boah, Gegner, geht down, stirb Yes Erster Kill Ja Sehr geil Ich hab einen Kill gemacht Dann bin ich gut Du hast dir die besondere Aufmerksamkeit unserer Feinde verdient Pass auf Ihr braucht Hilfe Ich bin unterwegs Macht euch auf zur Eingangstür und lasst mich rein Geil Geil, Alter Bane Oh, jetzt kann mal einer als Bane spielen Ich will ihn Wenn sie schneller sind, kommt der Joker da raus Ich will ihn zuerst Gib ihn mir Ich will ihn Nein Schade Ja Bitte halt mich, du Idiot Ich bin Du spaßt, Mann Ich bin ein Verbündeter So, gucken wir mal Ich höre was, aber ich sehe nichts Ah, jetzt da Da ist Wow, Batman und ein Böselicht Stirb, Batman Stirb Boah, das leckt aber echt Boah, habt ihr das gesehen? Ein Magazin noch Ein Magazin? Ich bin ja fast leer, ey Boah, jetzt kann ich die Sicht nicht mehr einsetzen Oh, da musst du dich erst wieder aufladen Okay Ja, klar, Alter Bam Was hat mich jetzt? Ach, so eine Ja, nicht Killstreaks Sondern so eine Sache, die man sich später freispielen kann So Bombeattrappe, keine Ahnung Boah, ich hab das Band zu spielen Boah, bum, bum Da ist einer Komm, den will ich haben Stirb Ach, komm Stirb jetzt Yes Oh, nur Assist Da geht doch Da ist schon wieder Einer gegen Batman, ne? Da kommt wohl die Yes, yes, geht down Yeah Oh, ich glaub, das war wieder nur Assist Er tubet einfach mal rein Okay Du hörst mich nicht mehr Okay, ja, da war aber ein Gegner Alles klar Ja, die Steuerung ist sehr gewöhnungsbedürftig, muss man sagen Aber Es läuft an sich schon flüssig Aber irgendwie mit dem Ball an ich treffe nichts Boah, was hat mich jetzt erwischt? Mann, was hat Angst in mein Leben? Wir sind in der Überzahl Entsorgung dafür, dass es so bleibt Da Hey, das gibt's nicht Wie viel schlucken die Gegner denn? Ich selber gehe ständig down mit einem Hit oder einem Schuss oder irgendwas Muss doch laggen hier 50k-Leitung und es lag kann doch nicht sein Okay, es ist ein Tag vor Release So, endlich Ja klar, den hat jetzt Bang geholt und ich hab nicht mal Assist gekriegt oder was Ach komm Jetzt spiel ich halt Objective Da hinten geht was Zeig dem, wer hier der Boss ist Finde einen Helden und töte ihn Ja, mach ich Gerne Da hinten ist was rotes Gegner Oh Scheiße Überraschungspaket, Achtung! Wo ist er denn jetzt wieder hin? Ja klar Ja Alles klar Okay Ich hab ihn schon angehittet und er holt mich viel schneller weg Der muss schon eine krassere Waffe haben oder so Ich weiß es nicht Na gut Oh, schon vorbei Von Batman und Robin geschlagen Kein Zugang zu dem Gift Du hast versagt Ach, verdammt Egal War interessant Hat sich nicht schlecht gespielt Gucken wir mal in die nächste Runde nach welchem Prinzip das jetzt überhaupt funktioniert Wer jetzt wer ist Ob ich jetzt wieder Bane bin, ob ich jetzt Joker bin oder Batman und Robin, keine Ahnung Nach was wird denn das jetzt ausgewählt Ich bin mal gespannt Oh, Trophy Yeah Ah, nach so einem Wheel of Fortune Geil Glücksrad spielen Oder? Bestimmt Yeah, geil, Glücksrad Ja, cool Und? Yes Fett Ich bin Robin, oder? Bin ich? Ja, geil Ich bin Robin Du bist Robin Yeah, geil Das heißt in Runde Nummer 2 sind wir Robin Yeah Freut euch drauf Sau geil Wir sehen uns gleich beim nächsten Part wieder Daumen hoch Abonnieren Das übliche Bis gleich Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal